Streunerkatzen haben es wahrlich nicht immer leicht im Leben. Sie haben kein festes Zuhause, müssen sich täglich selbst ihr Futter besorgen und da sie nie mal so richtig gewaschen werden, wirken sie auch nicht gerade anziehend auf Menschen. Eine Frau fand eines Tages eine streunende Katze vor ihrer Haustür und entschloss sich, ihr mit etwas Futter unter die Arme zu greifen. Sie verschwand wieder, doch bereits einen Tag nach dieser großzügigen Tat brachte sie ihre ganze Katzenfamilie mit. Es hatte sich anscheinend herumgesprochen, dass diese Frau eine Schwäche für süße Kätzchen hat und nun wollten alle etwas abhaben. Tara zögerte nicht lange und kontaktierte sofort das Tierheim, welches sofort alle Tiere aufnahm und neue Familien fand. Etwas ähnliches passierte auch für Renda. Sie fand diese süße kleine Katze in ihrem Garten und suchte die ganze Nacht die Mutter, die aber auf sich warten ließ. Sie entschlossen sich dann, das süße Wollknäuel bei sich zu Hause aufzunehmen und schnell wurden sie unzertrennlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017